50, 49, 48, 47 Yo Leute, euer Gekko Nein, hier ist Patrick Ich bin noch keine große Krabbe Ist tot Jo, willkommen zu einer nächsten Folge von Road to Sniper Boss Nummer 2 Ja, wir spielen hier ein Team Deadmatch wieder auf Italy Einer der geilsten Fuck you Maps Ja, ich wollte mich euch nochmal Was rede ich denn wieder für eine Scheiß hier Ich wollte mich bei euch bedanken für die letzte Folge Die kam echt gut an Die Bewertung war echt klasse Hab ich mich sehr darüber gefreut Okay, meine Leitung spinnt gerade ein bisschen Yolo, hallo, hallo Okay, es geht Ja, wir haben hier wieder die AWP am Start Und die USP mit einem Schalldämpfer Ich wollte mir eigentlich richtig geile Skins kaufen Aber leider kann ich mir erst Skins wieder Wann war das? Am 13. März wieder kaufen wegen Steam Keine Ahnung wieso Muss ich ewig warten, bis ich mir neue Tarnungen kaufen kann Ich will mir die Warm God holen für die AWP Die ist mega geil, ich liebe die Ich höre einen Ach der Oh, 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 oh Komm, komm, komm Wer ist dein Daddy, hä? Komm, Mann Rechts ist einer Da hat auch gerade einer geschossen Oder bin ich blöd geworden? Wo sind denn die alle? Was ist das für eine Map? Es ist gerade mal meine zweite oder dritte Runde auf dieser Map Also ich kenne ihn noch nicht so extrem gut Hallo, Gegner Ba-da-ba-ba-m Komm, komm Ich will erster werden Oh, da war einer Aber da kommt jetzt schon einer von hinten Oh Langsam werden wir zum Boss Komm, komm Nein Ach, Mann Kommt er jetzt wieder von hier? Ja, Mann Hat mich gerechtert, du Penner Du wagst es nicht einfach, den Boss zu killen Gekko darf man nicht killen Wer Gekko killt, wird gekillt Haben wir uns verstanden? So, so Ey, ihr blöden Hühner Sucht euch mal einen zu Hause Auf jeder Map gibt es die So, von Über mir ist einer Jo Alles klar Ich brauche eine neue Pistol Nächste Runde gönnen wir uns erstmal eine neue Pistol Alter Das war ja gerade Peinlich Oh mein Gott Das fuckt so ab Manchmal 8 zu 5 Ich will positiv gehen Das ist mein Ziel für die Runde Nicht wie letztes Mal negativ Sondern positiv Rille Rille Mich bekommst du nicht mit einem hässlichen Shotgun Nein Junge Ich bin so schlecht mit dem Fistel. Okay, von da oben. Ah, verdammt. Ich dachte, der läuft so in die Mitte, aber... Also mittig. Aber da haben wir uns geirrt. So, links sind auf jeden Fall zwei Stück. Der kommt jetzt eh von hier. Welche mit dir? Oh! Wo kommt der her? Man! Bam! Mit mir legt man sich nicht an, habe ich gesagt. Rechts nix. Oh! Im Haus ist garantiert einer. Hier muss einer sein. Aber ich hier ausfinde. Komm, ich hole die alle. Eins. So viele auf dem Haufen. Komm schon. Bam! Okay, von da kommt zwei. Eins. Ach, von unten. Verdammt. Wenn ihr mehr CSGO, LOL, alles sehen wollt, könnt ihr bei mir nochmal im Stream schauen. Verlinke ich euch. Da spiele ich auch manchmal CSGO-Ranked mit Kumpels. Also, wenn es euch interessiert, könnt ihr mal vorbeischauen. Ich stream auch öfters LOL. Habe ich neu angefangen. Bin ein richtiger Noob. Aber ich hoffe, da wird noch aus mir irgendwas. So. Voilà. Spring. Tut, 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 tut. Nein. Hier sind welche. Da oben ist einer, aber... Ah, okay. Ich kann hochjumpen. Oder auch nicht. Hä? Was? Ich habe ihn getroffen. Ey. Ich habe ihn noch getroffen, oder nicht? Ey. Dieser schwule Spawnschutz, der fuckt mich schon wieder ab. Mal ernsthaft. Oh, Digga. Schluck halt. Hier ist einer auf jeden Fall. Komm, komm. Zeig dich, zeig dich. Ich habe ihn noch nicht. Das wird wieder peinlich. Was ist das? Oh, mein Gott. Wie peinlich, ey. Den hätte ich... Oh. Ey, komm. Ich hätte doch wenigstens einen treffen müssen. Die waren direkt vor meiner Nase. Hier ist noch einer gespawnt, gerade, oder nicht? Komm schon. Jungs. Was seid ihr? Hier ist bestimmt wieder einer. Hier ist immer einer am Gammeln. Links. Aber da im Gang ist... Rechts ist einer. Und da hinten kommt einer. Hm. Oh. Ey. 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 Das fackt grad übels ab. Ich bekomm grad nichts mehr auf die Kette. Wir sind zwar schon Boss, aber wir müssen noch bosshafter werden. Ich fack grad. Ich will nicht negativ. Ich will nicht negativ, bitte. Komm. Ich sag viel zu oft. Ist es euch aufgefallen? Oh mein Gott, wie ich den willkommen hab. Lucky. Einfach jumpen. Wo? Boah, dieser D-L-O-C. Der nervt richtig. Alter, was ist denn gerade los? Ich fack grad aufs Übelste. Oh mein Gott. Was ist los? Ich fack grad aufs Übelste. Ich hab ihn angehörtet. Alles klar. Alles klar. Hätte der mich jetzt geholt, ne? Ende. Hätte ich verkaufen gehen können. Frage ist... Ja, 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 ja. Komm, dich hol ich auch noch. Dich will ich auch noch haben. Oh, wir enden das Spiel mit 23,25 schon wieder negativ. Mann! Naja, das soll's gewesen sein. Wie gesagt, morgen auf Far Cry. Darauf könnt ihr euch schon mal verdammt freuen. Es wird richtig geil. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann morgen bei Far Cry. Bis dahin, haut rein. Ciao.